so leute aus dem salmo programm die neuen hornets neue farben verschiedene designs hornet viele schätzen gerade die köder von salmo was hardbeat bereiche angeht lasst euch einfach überraschen schaut euch an die farben und das lauferhalten sprechen für sich wir haben unser neuer frisky gibt es auch in 39 farben manche lieben manche hassen ihn viele schätzen und die die ihn schätzen wissen natürlich auch die neuen farben zu schätzen ja leute und für den sweeper oder für den slider noch andere diverse salmo köder haben wir jetzt paar spezielle farben also sonderfarben auf den markt gebracht viel spaß damit